Du bist alt genug, um es hier oben zu machen. Wir haben ein Kackaproblem. Oh. Aber es ist eklig. Jeder Vogel macht das in der Luft. Und was, wenn da unten irgendjemand guckt? Niemand da unten guckt. Ich hab gesagt, wir landen nicht. Wir landen auf gar keinen Fall. Bist du sicher, dass niemand guckt? Gwen Mallard, los, sonst fliegen wir ohne dich. Okay, okay.